Die beiden Philosophen Theodor V. Adorno und Max Horkheimer setzten sich 1939 im recht paradiesischen amerikanischen Exil zusammen, um nicht weniger zu tun, als die Erkenntnis, warum die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art der Barbarei versinkt. Kurz, warum gibt es eigentlich keinen Sozialismus, sondern den Holocaust? Aus dem, was die längste Zeit über nur als philosophische Fragmente bezeichnet wurde, entstand dann die Dialektik der Aufklärung. Ein Buch, das seit den 60ern alle Studenten der Geisteswissenschaft mehr oder weniger lang in ihrem Studium und darüber hinaus begleitet. Martin Mittelmeier versucht nun mit seinem Buch Freiheit und Finsternis, wie die Dialektik der Aufklärung zum Jahrhundertbuch wurde, die Geschichte dieses Werks einzufangen. Das gelingt ihm mal mehr und mal weniger. Doch schaffte es, die Sohkraft dieses Werkes auf den Begriff zu bringen. Ohne es zu entzaubern. Was diese Sohkraft ausmacht, zeige ich euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu Feine Welt. Es gibt eine Lektüre-Erfahrung, die wohl jede Leserin der Dialektik der Aufklärung schon gemacht hat. Man liest und liest, schlägt ständig Begriffe nach, versucht zu folgen und irgendwie scheint das Ganze dann irgendwann auch ziemlich plausibel. Doch wenn man dann versucht, jemandem den Inhalt des Buches wiederzugeben, scheitert man. Wie war das mit dem Mythos? Und was hatten die Sexromane von Marquis de Sade nochmal mit Cannes zu tun? Bei Mittelmeier erfährt man nun, wie es zu dieser Erfahrung kommt. Letztlich liege es an der Form. Denn die beiden Autoren, die das Buch gemeinsam diktiert und dann überarbeitet haben, argumentieren nicht wirklich im klassischen Sinne. Es gibt keinen Argumentationsstrang, bei dem man anstelle X zustimmen und anstelle Y widersprechen könnte. Stattdessen geht es die ganze Zeit eigentlich nur um eine These. Dass bereits der Mythos der Antike auf seine Art Aufklärung war. Und dass entsprechend auch die Aufklärung nicht davor gefeit ist, wieder in die Mythologie zurückzuschlagen. Damit versuchen die beiden Philosophen, eine Antwort auf ihre anfängliche Frage zu finden. Wie kann es sein, dass eine Gesellschaft, die grundsätzlich dazu in der Lage wäre, mit ihren Fabriken und Zügen alle Menschen mit dem zu versorgen, was sie für ein gutes Leben brauchen, stattdessen die Züge nutzt, um Juden in Fabriken umzubringen? Ihre Antwort ist eben die titelgebende Dialektik der Aufklärung. Sie stellen sich also gegen das Fortschrittsnarrativ, das einfach alles immer besser würde. Indem sie erklären, dass die Aufklärung keinen eindeutigen Bruch mit vorherigen Erkenntnispraktiken darstellt, sondern Mythos wie Aufklärung, letztlich aus der Unterdrückung der Natur hervorgehen. Beide sind die Verteidigung gegen eine Welt, die uns ängstigt. Und so schreibt Adorno bekanntlich auch an seinen Freund Walter Benjamin, Es gibt diesen Witz, dass Adorno in das New Deal Amerika fliehen musste, nach unseren Verhältnissen dort in paradiesischen Zuständen lebte und sich hinsetzte, um zu schreiben, warum genau das die absolute Hölle ist. Zunächst sollte man dazu natürlich erwähnen, dass er jedes Recht dazu hatte, schließlich lässt sich das Paradies in Amerika nur schwer verwirklichen, wenn in Europa zur gleichen Zeit Juden am Fließband getötet werden. Doch auch sonst war die Abschaffung der Angst, trotz Roosevelts Wirtschafts- und Sozialreformen, noch lange nicht geschafft. Bei Adorno und Horkheimer war diese Angst unter anderem das FBI, wie wir bei Mittelmeier erfahren. So schreibt er, Das Institut hatte Erfahrung im Verschleiern von marxistischer Terminologie. Ja, es verdankte seine Existenz der strategisch geschickten Unterschlagung seiner marxistischen Ausrichtung. Denn auch in Frankfurt, wo Horkheimer das Institut mehrere Jahre zuvor gegründet hatte, war es leichter, an Gelder und entsprechende Zustimmung der Behörden zu kommen, wenn man sich bloß als neutrales Institut für Sozialforschung kleidete. Und den Wunsch nach einer sozialistischen Revolution eher im Hintergrund hegte. Doch in den USA war das FBI fähig, eine Methode anzuwenden, die alles noch viel, viel gefährlicher machte. Denn, Achtung, sie lasen die Texte wirklich. Und so steht dann im FBI-Memo zu der Gruppe um das Institut für Sozialforschung Folgendes. Ja, ganz falsch lagen sie damit nicht. Doch so erfahren wir eben auch, dass das große Kunststück der Dialektik der Aufklärung in ihrer Komponiertheit liegt. Das Manuskript wurde ständig überarbeitet, bis jedes Wort wirklich genau an der richtigen Stelle lag. Und dieses Komponieren war eben nicht bloß Selbstzweck, sondern sollte auch die manchmal klassenkämpferischen oder zumindest eindeutig antikapitalistischen Ideen des Buches nicht jedem auf den ersten Blick erkennbar machen. Was jedoch eindeutig bei jedem Leser ankommt, ist, und zwar genau wie bei Adornos Minima Moralia, dass man als Leser selbst nicht über den beschriebenen Dingen steht. Man ist also mitgemeint. So schreibt Mittelmeier, Der Text möchte den Leser erschrecken, zu seinem Besten. Er ist die Aufforderung zum Verstehen, Wiederholen und Durcharbeiten der Gewaltgeschichte, die, Zitat, noch in jeder Kindheit, also auch der des Lesers, wiederholt wird. Dass Adorno eine bessere Erziehung aber nicht gerade in dem Anhalten zu tiefer Selbstbesinnung gesehen hat, macht Mittelmeier deutlich, wenn er Adornos Gedanken zur angeblichen amerikanischen Oberflächlichkeit zitiert. So schrieb Adorno, Ein Mensch, der unter äußerem Zwang, ja, durch sein egoistisches Interesse zur Freundlichkeit gebracht wird, gelangt am Ende eher zu einer gewissen Humanität in seinem Verhältnis zu anderen Menschen, als jemand, der nur, um mit sich selbst identisch zu sein, als ob diese Identität immer wünschbar wäre, ein bösartiges, vermuffeltes Gesicht macht und einem von vornherein bedeutet, man sei für ihn eigentlich nicht vorhanden und habe ihn seine Innerlichkeit, die vielfach gar nicht existiert, nichts hineinzureden. Wir sollten hierzulande uns bemühen, nicht selber, indem wir über die amerikanische Oberflächlichkeit uns entrüsten, unsererseits oberflächlich und undialektisch uns zu verheerten. Dies sind die stärkeren Momente von Mittelmeiers Buch. Dank seiner Gedanken zur Relevanz der Form des Werkes von Adorno und Horkheimer, dank der Stellen, an denen er überraschende und übersehende Gedanken der Theoretiker hervorbringt, und dank derjenigen, an denen er an Archivmaterial zeigt, wie die eigentlich recht einfach verständlichen Sätze zusammengestaucht wurden, bis sie zwar klanglich stark, aber nur sehr schwer verständlich sind, lohnt sich die Lektüre meiner Meinung nach schon. Manchmal übertreibt er es dann ein wenig mit den Anekdoten, schweift etwas zu sehr ab und bringt auch gen Ende ein paar nicht wirklich haltbare Interpretationen des Werkes von Adorno. Aber dennoch, er macht Lust, Adorno nochmal und nochmal und nochmal zu lesen. Zum Abschluss gibt's daher noch einen Tipp für diejenigen von euch, die nun auch Lust auf Adorno bekommen haben. Marlen Vandenacker, auf Twitter auch bekannt als Lenitiv, hat eine kleine Audiothek entwickelt, in der ihr viele verschiedene Hörstücke über Adornos Philosophie findet. Ich habe euch die Seite unten verlinkt. Ich hoffe, euch hat das Video ansonsten gefallen, auch wenn es etwas mehr Rezensionscharakter als sonst hatte. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.